Freischuss auf der anderen Seite. Gute Position. Christopher Brüding mit rechts oder Henning Hils mit links. Hils läuft an, Schuss und der passt! Für ein Hammer-Tor! Geil gemacht! Und übrigens Henning Hils per Kunstschuss in den Winkel markiert er hier das 1.0 für die Gäste. Ja, Wahnsinn! Hier das Tor in der Wiederholung. Luca Dürmer steht im Torwart weg und dann schlimmst dieser Henning Hils. Sie geht schon mal so was von präzise ins obere Kreuzeck. Genial! Dürmer mit den Fingerschnitzen zwar noch dran, aber den Einschlag, den kann er nicht mehr verhindern. Ein klasse, ein überragendes, ein geiles Tor. Den kann man mal genau so machen.